So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Martin Hahn. Ihr seht, ich bin ein bisschen verpennt, ich bin gerade aufgestanden. Ich zeige euch heute mal wieder, wie so ein Tag auf meiner Prep aussieht. Meine Wettkampfvorbereitung hat jetzt gestartet. Es sind jetzt genau 16 Wochen bis zum ersten Wettkampf und ich nehme euch heute mal ein bisschen mit. Ich zeige euch, wie mein Training aussieht, wie meine Ernährung aussieht. Jetzt gehe ich mal gleich aufs Cardio-Gerät, weil ich mache jeden Morgen eine halbe Stunde Cardio an Trainingstagen, an Trainingsfreien Tagen 45 Minuten und damit startet mein Tag. Hier, wie ihr sehen könnt, stehen alle Mahlzeiten drauf, plus Supplementation, dass ich auch nichts vergesse. Hier gibt es jetzt Astragalus, Citrus-Bergamot, Form Cardio und dann halbe Stunde Cardio. So Leute, jetzt mache ich mein Cardio und weh, wenn ich mein Cardio mache, bin ich hier auf WhatsApp und beantworte alle Formchecks. Da kommen dann laute Formchecks rein über die Nacht. Wenn ich aufstehe, habe ich schon das ganze Handy voll und dann habe ich auch jede Menge zu tun mit meinem Cardio. Und das ist eine super Cardio-Beschäftigung. Da habe ich praktisch zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen, habe ich das Cardio erledigt und die Formchecks beantwortet. Und das war eine halbe Stunde und dann gibt es meine erste Mahlzeit. Hier mein Prü-Workout und gleichzeitig die erste Mahlzeit. 100 Gramm Reis, eine Banane, 200 Gramm Hähnchen, Glutamin, Kaffee und es wird jetzt gegessen. Und dann geht es ins Training. Und dann geht es ins Training. Und dann geht es ins Training. So Leute, ich bin jetzt daheim angekommen und hier ist mein Post-Workout-Meal. 100 Gramm Schokokrispies, eine Banane und 45 Gramm Whey-Isolat. Das wird sich jetzt gegönnt. Danach geht es zum Friseur. So Leute, die Bestellung von meinem Sponsor Peak ist auch gerade angekommen. Ich habe gedacht, ich mache jetzt zwischendrin mal so ein kleines Unboxing-Video und zeige euch, was ich alles bestellt habe. Hier habe ich zum einen so Luftpolster bestellt. Nein, Spaß, da war immer drin. Zum einen ein Shirt, Größe 2XL, das Größte, was sie hatten. Muss mal schauen, ob ich reinpasste. XL war mir ein bisschen zu eng. Und dann habe ich hier EAA, ganz wichtig, trinke ich beim Training. Omega-3, MSM für meine Gelenke. Grün-Tee-Extrakt. Jetzt, weil ich gerade ja im Prep bin, einfach ein bisschen Stoffwechsel unterstützen. Dann habe ich noch Vitamine, ganz wichtig und essentiell, immer ein gutes Multivitamin-Präparat zu nehmen. Vitamin D3, K2 nehme ich noch extra. Und hier nochmal Vitamine. Brauche ich auf Vorrat. Leute, jetzt geht es weiter mit meiner Arbeit. Ich mache nicht nur Online-Coaching, sondern auch persönliches Coaching. Das heißt, ich habe einige Athleten, die auch zum Formcheck bei mir daheim vorbeikommen. Jetzt habe ich hier den Patrick, der gleich kommt, der in einer Woche auf dem German Cup in der Men's Physik-Klasse starten wird. Den ich darauf vorbereite. Da machen wir jetzt einen Formcheck, schauen die Form an, machen Plananpassungen. Und da werdet ihr auch ein bisschen was von sehen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, gut drehen. Jetzt haben wir Sonntag, also einen Tag später. Heute geht es an den See mit meiner Freundin zusammen. Wir haben heute beide Rest Day. Da gehen wir gerne mal an den See, wenn es gutes Wetter ist. Davor kommt aber nochmal ein Athlet vorbei. Und danach geht es dann direkt los an den See. Okay. Doch. Man merkt, es geht weg. Es ist ein gutes Zeichen. Wir sind auf dem Weg zum See. Heute ist relativ gutes Wetter. Könnte besser sein. Ich würde sagen, wie viel weiter wir dort sind. Das ist übrigens der FKK-Strand. Das können wir jetzt aber nicht genau filmen. Die Blicke sollen euch erspart bleiben. Ich lasse ich Daumen runterbekommen. So, das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, es wird in Zukunft noch mehr kommen. Ich versuche die komplette Prep ein bisschen zu dokumentieren. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert mich. Und bis zum nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.